Putin verliert in der Ukraine und bettelt um Hilfe. Aktuelle Lagebewertung. Die russischen Truppen erleben seit Wochen erhebliche Rückschläge auf dem Schlachtfeld, was zu einem massiven Verlust an besetztem Gebiet geführt hat. Diese Entwicklung stellt eine der gravierendsten Herausforderungen dar, die das russische Militär seit dem Beginn seines Feldzugs zu bewältigen hat. Die Rückschläge resultieren nicht nur aus einer Reihe taktischer Fehlkalkulationen, sondern auch aus der entschlossenen Gegenwehr der angegriffenen Nation und ihrer Verbündeten. Diese Faktoren haben eine Dynamik erzeugt, die das Kräftegleichgewicht in unerwarteter Weise verschoben hat. In den letzten Monaten wurden zahlreiche Berichte und Augenzeugenberichte veröffentlicht, die ein klares Bild der Schwierigkeiten zeichnen, mit denen die russischen Streitkräfte konfrontiert sind. Besonders heftig waren die Kämpfe in den städtischen Gebieten, wo die lokale Bevölkerung oft unterstützt durch westliche Militärausrüstung und Beratung zu einem schier unüberwindlichen Hindernis für die russischen Vorstöße geworden ist. Aufgerüstet mit modernen Panzerabwehrwaffen und hochentwickelten Drohnensystemen gelang es den Verteidigern wiederholt, russische Kolonnen zu zerschlagen und beträchtliche Verluste zu verursachen. Zusätzlich zu den technischen und logistischen Herausforderungen kommen die klimatischen Bedingungen ins Spiel. Das Gelände verwandelt sich mit jedem Wetterumschwung in nahezu unpassierbare Morastgebiete, die den Einsatz schwerer militärischer Gerätschaften erheblich erschweren. Hier zeigt sich, dass der Natur ihre eigene Rolle zukommt, indem sie die ambitiösen Pläne der Eindringlinge zunichte macht. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Moral der russischen Truppen, die merklich zu erodieren scheint. Berichte von Deserteuren und gefangengenommenen Soldaten deuten auf eine wachsende Frustration und Misstrauen gegenüber den eigenen Kommandeuren hin. Diese interne Zerrissenheit schwächt die Kampfkraft erheblich und führt zu einer erhöhten Anzahl an Aufgaben und gescheiterten Missionen. Soldaten, die einst mit der Überzeugung in den Krieg zogen, Verheißungen und Befehlen ihrer Führung folgten, sind mittlerweile mit der nackten Realität des grausamen Konflikts konfrontiert, in dem das Überleben an erster Stelle steht. Da die militärische Lage immer prekärer wird, gerät auch die politische Führung in Moskau unter zunehmenden Druck. Ungeachtet der massiven staatlichen Propaganda, die unaufhörlich die glorreichen Siege und überlegenen Waffen lobt, dringen Nachrichten über die wahren Ereignisse an der Front durch. Diese Realitäten stellen die Bevölkerung in der Heimat und die internationale Gemeinschaft vor Fragen zur Nachhaltigkeit und zum moralischen Fundament des russischen Vorgehens. Die geopolitischen Auswirkungen dieser Rückschläge sind weitreichend. Bisher als sicher betrachtete Gebiete, die unter erheblichem Aufwand und Gefahren erobert wurden, gehen nun wieder verloren. Dies beeinträchtigt nicht nur die strategische Position, sondern auch das Ansehen der russischen Streitkräfte auf globaler Ebene. Verbündete und Gegner beobachten die Entwicklungen aufmerksam und ziehen ihre eigenen Schlüsse, was sich in diplomatischen Veränderungen und neuen Allianzen zeigt. In dieser turbulenten Zeit suchen einige innerhalb der russischen Führung nach alternativen Wegen, um die Situation zu verbessern und die Verluste zu minimieren. Es wird spekuliert, dass Verhandlungen im Gange sind oder bald initiiert werden könnten, um zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen, der weiteres Blutvergießen verhindert. Andere Hardliner jedoch plädieren für eine Generaloffensive, überzeugt davon, dass nur eine massive Eskalation den scheinbar unaufhaltsamen Niedergang aufhalten könnte. Der Verlauf dieser Krise bleibt ungewiss. Was jedoch sicher ist, ist, dass die Welt mit besorgtem Blick nach Russland und die umkämpften Gebiete schaut, während neue Routen, Kollisionen und zielreiche Manöver das Kriegsgeschehen weiterhin prägen. Internationale Sanktionen verschärfen die wirtschaftliche und militärische Schwächung Russlands, was die Kriegsführung erheblich erschwert. Diese Sanktionen, die von einer Vielzahl westlicher Länder und ihrer Verbündeten verhängt wurden, zielen darauf ab, die finanzielle und logistische Basis des russischen Militärs zu untergraben und damit ihre Fähigkeit, offensive Operationen durchzuführen, drastisch zu verringern. Die Wirkung dieser Maßnahmen wird zunehmend sichtbar, da sie die bereits angeschlagene russische Wirtschaft an den Rand des Kollapses bringen und sowohl die Versorgungslinien als auch die Rüstungsproduktion beeinträchtigen. Der erste und unmittelbar spürbare Effekt der Sanktionen zeigt sich im Bankensektor. Zahlreiche russische Banken wurden vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, wodurch der internationale Zahlungsverkehr massiv behindert wird. Diese Isolation vom globalen Finanzsystem erschwert nicht nur den Handel, sondern unterbricht auch wesentlich die Mittelzuflüsse, die für den militärischen Unterhalt notwendig sind. Händler und Investoren, die einst willig waren, russische Projekte zu finanzieren, ziehen sich zurück oder suchen nach Möglichkeiten, ihre Engagements anderweitig zu diversifizieren. Dadurch entstehen erhebliche Cashflow-Probleme für die russische Regierung, die nun Schwierigkeiten hat, Soldaten zu bezahlen, Waffen und Munitionen zu kaufen und notwendige Güter für die Kriegsführung zu erwerben. Viele der modernen Waffensysteme, die Russland in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, basieren auf Technologien und Komponenten, die im Ausland produziert werden. Mit den Sanktionen ist der Zugang zu diesen wesentlichen Ressourcen drastisch eingeschränkt, was zu Produktionsverzögerungen und Qualitätseinbußen führt. Bestände veralteter, weniger effektiver Systeme müssen mobilisiert werden, was die Kampfkapazität weiter einschränkt. Auch auf die Bevölkerung wirken sich die Wirtschaftssanktionen verheerend aus. Die Preise für grundlegende Güter wie Lebensmittel, Benzin und medizinische Produkte steigen rapide an, während die Inflation die Kaufkraft der Menschen untergräbt. Diese soziale und wirtschaftliche Instabilität führt zu wachsender Unzufriedenheit innerhalb der russischen Gesellschaft, die bereits unter der Dauerbelastung eines langwierigen Konflikts leidet. Proteste und Unruhen gegen die Regierung nehmen zu und stellen die innenpolitische Stabilität auf die Probe, was Einfluss auf die militärische Moral und Einsatzbereitschaft hat. Parallel dazu haben Exportkontrollen auf Hochtechnologiegüter dazu geführt, dass Russland sich nicht mehr wie früher an den neuesten Entwicklungen im Bereich Kommunikation, Elektronik und Informationsverarbeitung beteiligen oder davon profitieren kann. Dies hebelt die russische Fähigkeit aus, moderne Kriegstechnologien zu entwickeln und einzusetzen. Besonders betroffen sind Bereiche wie Cyberwarfare und Drohnentechnologie, wo der Westen traditionell führend ist und seine Produkte nun konsequent dem russischen Markt vorenthält. Die negative Spirale, die durch die Sanktionen angestoßen wurde, erfasst auch das militärische Lager und den Logistikbereich. Die Versorgungslinien sind zunehmend überbeansprucht und stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Oft fehlen grundlegende Dinge wie Treibstoff, Ersatzteile und Versorgungsgüter, weil internationale Lieferketten unterbrochen wurden. Soldaten stehen vor dem Dilemma, an der Front zu kämpfen, während ihre Versorgungslinien unzuverlässig und übermäßig beansprucht sind, wodurch das Durchhaltevermögen und die Effektivität der Kampfeinheiten beeinträchtigt werden. Sogar für die Eliteeinheiten, die traditionell besser ausgestattet und vorbereitet sind, wird die Situation komplizierter. Die Sanktionen haben zu einem Mangel an fortgeschrittenen medizinischen Geräten geführt, was sich auf die medizinische Versorgung der Truppen auswirkt. Verwundete Soldaten erhalten nicht die notwendige Behandlung und Rehabilitation, was nicht nur zu höheren Ausfallraten führt, sondern auch die Moral der kämpfenden Einheiten schwächt. Auf politischer Ebene führen die Sanktionen zu einer Isolierung Russlands. Traditionsreiche Handelsbeziehungen und diplomatische Kanäle sind eingefroren oder stark eingeschränkt, was Moskaus Einfluss in der internationalen Arena mindert. Verbündete, die auf wirtschaftliche Bindungen zu Russland angewiesen sind, geraten unter Druck, sich von Moskau zu distanzieren oder ihre Beziehungen zu überdenken, um nicht selbst unter den Druck der Sanktionen zu geraten. Der kollektive Effekt dieser Sanktionen hat zu einer Situation geführt, die für Russland zunehmend unhaltbar wird. Während Russland alternative Handelsrouten und Partner sucht, schränken die wirtschaftlichen und militärischen Schwachstellen des Landes die Effizienz und den Erfolg militärischer Operationen erheblich ein. Die Sanktionen wirken sich als wirksames Mittel aus, um die russische Kriegsmaschinerie zu lähmen und Verhandlungen oder zumindest einen geordneten Rückzug zu erzwingen. Angesichts der wachsenden Isolation sucht Putin aktiv Unterstützung von traditionellen Verbündeten wie China und dem Iran, um militärische Ressourcen und diplomatische Rückendeckung zu erhalten. Diese strategische Neuausrichtung wird aufgrund der zunehmenden internationalen Ächtung Russlands und der wirtschaftlichen Sanktionen des Westens immer dringlicher. Russland stärkt seine langjährigen Beziehungen zu diesen mächtigen und einflussreichen Ländern um seine strategischen Ziele voranzutreiben. Um die finanziellen und wirtschaftlichen Verluste abzufedern, hat Russland seine ökonomischen Beziehungen zu China intensiviert. China's growing economic power and technological innovations offer Russia a potentially stable source of much-needed investment and economic cooperation. Trade agreements promoting the export of Russian raw materials such as oil and gas are commonplace. These resources form the backbone of the Russian economy and Chinese demand helps partially offset losses in western markets. Gleichzeitig profitieren chinesische Unternehmen von günstigen Einkaufspreisen und sichern sich strategische Ressourcen für ihre eigene wirtschaftliche Expansion. Militärisch betrachtet, spielt China ebenfalls eine bedeutende Rolle. Durch gemeinsame Militärübungen und den Austausch von Technologien und Ressourcen verfolgt Russland das Ziel, seine militärische Schlagkraft zu erhalten und sogar zu erweitern. China provides not only modern weapons systems but also supports in areas such as cyber warfare and surveillance technologies which are gaining importance due to western sanctions. This enhanced military cooperation gives Russia the opportunity to modernize its outdated military infrastructure and maintain its combat readiness despite western isolation. In parallel to efforts towards China, Russia has also significantly intensified its relations with Iran. Der Iran, selbst ein langjähriger Gegner westlicher Einmischung und Sanktionen, ist ein natürlicher Verbündeter in diesen schwierigen Zeiten. Der Iran verfügt über bedeutende militärische Ressourcen und hat in Bereichen wie asymmetrischer Kriegsführung und Drohnentechnologie erhebliche Fortschritte gemacht. Diese Technologien sind für Russland von großem Interesse, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und den Einsatz von UAVs – Unmanned Aerial Vehicles – im modernen Kriegsführungsszenario. Durch den Austausch von militärischem Know-how und Ressourcen bauen Russland und der Iran eine strategische Allianz auf, die beiden Ländern operative Vorteile in ihren jeweiligen Konfliktzonen verschafft. Russland unterstützt im Gegenzug iranische Bestrebungen im Nahen Osten und stellt militärische Ressourcen und diplomatische Unterstützung zur Verfügung. Diese Symbiose stärkt beide Nationen und verschafft ihnen einen gewissen Handlungsspielraum gegenüber den westlichen Sanktionen und der politischen Isolation. Auf diplomatischer Ebene versucht Putin durch die Anbahnung multilateraler Treffen und Verhandlungen, die internationale Front gegen Russland zu spalten und neue Allianzen zu schmieden. Russland sucht dabei nicht nur die wirtschaftliche und militärische, sondern auch die ideologische Unterstützung dieser Verbündeten. Insbesondere in internationalen Foren wie den Vereinten Nationen oder der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO, strebt Russland an, gemeinsam mit China und Iran gegen die westliche Hegemonie zu argumentieren und alternative Machtstrukturen zu fördern. Diese Kooperationen bieten Russland eine Plattform, um seine Positionen und Interessen auf der globalen Bühne zu vertreten und Verbündete gegen den westlichen Druck zu gewinnen. Gleichzeitig streckt Russland auch seine Fühler nach anderen Nationen wie Indien, Brasilien und Südafrika aus, um eine breitere Koalition gegen die westlichen Sanktionen und politischen Druckversuche zu bilden. Diese Länder, die sich ebenfalls häufig gegen westliche Einmischungen wehren und eine multipolare Weltordnung anstreben, bieten potenzielle Unterstützung und ein Gegengewicht zu den westlichen Allianzen. Putin nutzt auch inländische Propagandamaßnahmen und Medieneinfluss, um die Bevölkerung auf die Unterstützung dieser internationalen Allianzen einzuschwören. Die Medienkampagnen betonen die historische Freundschaft zu China und Iran, gemeinsame Werte und Ziele sowie die Notwendigkeit, sich gegen westliche Aggressionen und Einmischungen zu wehren. Diese narrative Verstärkung dient nicht nur der Unterstützung der aktuellen politischen Linie, sondern auch der Mobilisierung der russischen Bevölkerung in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Krisen. Diese zunehmende Hinwendung zu traditionellen Verbündeten stellt jedoch auch neue Herausforderungen. Die Abhängigkeit von China und Iran birgt das Risiko, sich in der geopolitischen Dynamik diesen Großmächten anzupassen und möglicherweise Kompromisse einzugehen, die langfristig den nationalen Interessen Russlands zuwiderlaufen könnten. Die innenpolitische und wirtschaftliche Abhängigkeit von diesen Allianzen könnte die strategische Autonomie Russlands weiter einhängen und die Machtbalance in eurasiatischem Raum neu kalibrieren. Insgesamt zeigt sich, dass Putins Suche nach Unterstützung von traditionellen Verbündeten wie China und Iran inmitten der zunehmenden Isolation Russlands eine taktische und notwendige Strategie ist. Sie spiegelt die verzweifelte Lage wieder und verdeutlicht die Bemühungen, sich in einer sich schnell verändernden geopolitischen Landschaft zu behaupten. Dabei wird deutlich, dass Russland auf diese Verbündeten angewiesen ist, um seine militärischen und diplomatischen Ziele weiterhin zu verfolgen und gleichzeitig den Druck der westlichen Sanktionen abzufedern. Innerhalb Russlands wächst der Widerstand gegen den Krieg, was sich in Protesten und einer zunehmenden Zahl von prominenten Kritikern äußert. Diese zunehmende Opposition stellt eine wachsende Herausforderung für die russische Regierung dar, die bereits mit einer Vielzahl von Problemen auf internationaler Ebene konfrontiert ist. Von der normalen Bevölkerung bis hin zu prominenten Persönlichkeiten, Akademikern und ehemaligen Regierungsoffiziellen, die Stimmen gegen den Krieg werden lauter und vielfältiger. In vielen russischen Städten haben sich Bürger zu Protesten versammelt, oft trotz der Gefahr von Verhaftungen und staatlicher Repression. Diese Demonstrationen sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bevölkerung die militärischen Konflikte und die damit verbundenen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten zunehmend ablehnt. Die Wellen von Protesten, die sich insbesondere in den Großstädten wie Moskau und St. Petersburg abspielen, zeigen, dass die Unzufriedenheit weite Teile der Gesellschaft durchdringt. Hier versammeln sich Menschen verschiedener Altersgruppen und sozialer Schichten, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken und ein Ende des Krieges zu fordern. Besonders bemerkenswert ist aber auch der Widerstand aus den Reihen prominenter Persönlichkeiten und Intellektueller, die öffentlich gegen die Kriegsbemühungen Stellung beziehen. Viele von ihnen nutzten ihre Bekanntheit und ihren Einfluss, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Künstler, Schriftsteller und Theaterregisseure haben begonnen, in ihren Werken den Krieg und dessen Auswirkungen zu thematisieren. Einige von ihnen haben riskante öffentliche Stellungnahmen abgegeben, in denen sie die Regierung direkt kritisieren und ein sofortiges Ende der militärischen Auseinandersetzungen fordern. Ebenso haben sich prominente Wissenschaftler und Akademiker zu Wort gemeldet. Sie veröffentlichen offene Briefe und wissenschaftliche Analysen, die die ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen des Krieges beleuchten. Diese Experten warnen vor den langfristigen Schäden, die die militärischen Konflikte für die russische Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten. Ihre Analysen tragen dazu bei, das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung zu schärfen und machen deutlich, dass der Krieg nicht nur eine militärische Auseinandersetzung ist, sondern tiefgreifende und langanhaltende Folgen haben könnte. Eine besonders relevante Gruppe von Kritikern sind ehemalige Regierungsbeamte und Militärs, die in zunehmender Zahl ihre Meinung zum Krieg kundtun. Diese Personen haben oft ein tiefes Insiderwissen und ihre Kritik ist daher besonders scharf und wirkungsvoll. Sie enthüllen strategische Fehlentscheidungen und hinterfragen die offiziellen Narrative der Regierung. Deren Aussagen sind besonders brisant, da sie aus erster Hand Einblicke in die Mechanismen der Macht und Entscheidungsfindung innerhalb der russischen politischen Elite bieten. Auch die russischen Medien, die sich immer stärker vom staatlichen Einfluss gelöst haben, spielen eine wichtige Rolle in diesem wachsenden Widerstand. Trotz staatlicher Zensur und Repressionen finden unabhängige Journalisten Wege, um kritische Informationen und alternative Perspektiven über soziale Medien und alternative Plattformen zu verbreiten. Diese Medienarbeit hilft, die Meinungsvielfalt im Land zu stärken und den öffentlichen Diskurs weiterzuentwickeln. Die Regierung reagiert auf den zunehmenden Widerstand jedoch vorhersehbar hart und unnachgiebig. Proteste werden gewaltsam unterdrückt und prominente Kritiker sowie Journalisten werden häufig mit Verhaftungen, Schikanen und Propagandaangriffen konfrontiert. Diese staatlichen Maßnahmen sollen die Opposition einschüchtern und das Narrativ der Regierung aufrechterhalten. Dennoch wächst der Widerstand trotz dieser Repressalien weiter, was darauf hindeutet, dass die Unzufriedenheit tiefgreifend und weit verbreitet ist. Ein weiterer Aspekt dieser Entwicklung ist die internationale Unterstützung für die russische Opposition. Menschenrechtsorganisationen und ausländische Regierungen beobachten die Situation aufmerksam und unterstützen die Bemühungen der russischen Zivilgesellschaft durch diplomatische Kanäle und mediale Berichterstattung. Diese internationale Aufmerksamkeit übt zusätzlichen Druck auf die russische Regierung aus und ermutigt die Binnenkritiker, ihre Bemühungen fortzusetzen. Insgesamt zeigt sich, dass der Widerstand innerhalb Russlands gegen den Krieg zunimmt. Gepaart mit einem wachsenden Bewusstsein über die negativen Konsequenzen der anhaltenden militärischen Konflikte. Das Zusammenspiel von bürgerlichem Protest, prominenten Kritikern und unabhängigen Medien erzeugt eine Dynamik, die das innenpolitische Klima erheblich beeinflusst. Dieser Widerstand könnte langfristig die politischen Rahmenbedingungen in Russland verändern und trägt bereits jetzt dazu bei, die Machtausübung der russischen Regierung zu erschweren. Mit jedem weiteren Tag, an dem dieser Widerstand anhält und wächst, wird das Narrativ der Regierung weiter infrage gestellt, was letztlich zu einem möglichen Wendepunkt in der innenpolitischen Lage Russlands führen könnte. Die ukrainischen Streitkräfte haben durch westliche Militärhilfe und strategische Genialität signifikante Gewinne erzielt und den russischen Vormarsch effektiv gestoppt. Die Unterstützung durch westliche Nationen, insbesondere die USA, Großbritannien und viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union, hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Diese Länder haben nicht nur durch die Lieferung modernster Waffensysteme wie Panzer, Artilleriesysteme und Luftabwehrtechnologie beigetragen, sondern auch durch Ausbildung, Geheimdienstinformationen und logistische Unterstützung. Die westlichen Waffenlieferungen haben die Feuerkraft und die technologische Überlegenheit der ukrainischen Armee erheblich gesteigert. Moderne Artilleriesysteme und Raketenwerfer haben es den ukrainischen Soldaten ermöglicht, präzise Angriffe auf russische Positionen durchzuführen und kritische Infrastruktur zu zerstören. Diese technologischen Vorteile haben die Effektivität der ukrainischen Verteidigungsstrategie dramatisch verbessert und die russischen Truppen oftmals in die Defensive gedrängt. Parallel dazu haben ukrainische Militärausbilder und Berater eng mit westlichen Experten zusammengearbeitet, um die Truppen auf den neuesten Stand der militärischen Taktiken und Strategien zu bringen. Schulungen in moderner Kriegsführung kombiniert mit dem Wissen um die geografischen und kulturellen Eigenheiten des Heimatlandes haben dazu geführt, dass die ukrainischen Streitkräfte fähige und flexible Einheiten aufstellen konnten, die in der Lage sind, schnell auf Veränderungen auf dem Schlachtfeld zu reagieren. Diese strategische Genialität zeigt sich insbesondere in der Art und Weise, wie die Ukraine mobile Kriegsführung und Guerillataktiken einsetzt, um den russischen Vormarsch zu stören und zurückzudrängen. Geheimdienstinformationen, die von westlichen Partnern zur Verfügung gestellt werden, haben ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt. Diese Daten haben den ukrainischen Kommandeuren ermöglicht, russische Truppenbewegungen, Logistikwege und Schwachpunkte zu identifizieren und gezielte Angriffe durchzuführen. Solche präzisen Operationen haben nicht nur dazu beigetragen, den Gegner zu demoralisieren, sondern auch wichtige Durchbrüche und Rückeroberungen von strategischem Territorium ermöglicht. Die moralische Unterstützung durch westliche Länder darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die Solidarität und das Engagement der internationalen Gemeinschaft haben den Ukrainern Mut und Entschlossenheit gegeben. Die Erkenntnis, dass die Welt hinter ihnen steht, hat den Willen zur Verteidigung und zum Widerstand gestärkt und die Einheit innerhalb der ukrainischen Gesellschaft gefördert, die der Krieg so dringend benötigt. Diese Kombination aus westlicher Unterstützung und strategischer Brillanz hat den ukrainischen Streitkräften ermöglicht, bedeutende Fortschritte zu erzielen. Die Befreiung besetzter Gebiete und die Rückeroberung strategischer Städte zeigen, dass die Ukraine nicht nur in der Defensive erfolgreich ist, sondern auch in der Lage ist, Offensiven durchzuführen und Gelände zurückzugewinnen. Besonders hervorzuheben sind die erfolgreichen Operationen im Osten und Süden des Landes, wo strategisch wichtige Orte wie Sherzon und Mariupol zurückerobert wurden, was einen bedeutenden Rückschlag für die russischen Pläne darstellte. Darüber hinaus hat die ukrainische Führung eine geschickte Informationspolitik betrieben. Präsident Volodymyr Zelensky und sein Team haben nicht nur erfolgreich die internationale Gemeinschaft mobilisiert, sondern auch die Moral innerhalb der Ukraine hochgehalten und den Widerstandswillen gestärkt. Regelmäßige Ansprachen an die Nation, gut durchdachte Medienkampagnen und die effektive Nutzung sozialer Medien haben dazu beigetragen, dass sowohl die inländische als auch die globale Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen und den Bedarf an Unterstützung informiert bleiben. Der Effekt dieser dynamischen Kombination zeigte sich, als die ukrainischen Streitkräfte bedeutende militärische Siege erzielten, die den russischen Vormarsch effektiv stoppten und teilweise sogar umkehrten. Die russischen Truppen, die einst als unaufhaltbar galten, sahen sich plötzlich in einer Position, in der sie Verluste hinnehmen und taktische Rückzüge antreten mussten. Dieser Wandel impliziert nicht nur eine Verschiebung im militärischen Gleichgewicht, sondern auch einen symbolischen Sieg, der zeigt, dass Entschlossenheit und internationale Solidarität in der Lage sind, selbst die scheinbar mächtigsten Angreifer in ihre Schranken zu weisen. Insgesamt zeigt sich, dass die Ukraine durch eine äußerst effektive Kombination von militärischer Unterstützung durch internationale Partner und kluger strategischer Führung in der Lage war, bedeutende militärische Erfolge zu erzielen. Diese Entwicklungen haben nicht nur die Moral der ukrainischen Bevölkerung gestärkt, sondern auch die Dynamik auf dem Schlachtfeld grundlegend verändert, was letztendlich zu einem effektiven Stopp des russischen Vormarschs geführt hat.